Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Fall Guys Season 2 Folge. Mal gucken, was im Shop ist. Deswegen gehen wir schnell mal in den Shop rein. Die Angebote sind gleich geblieben. Nur noch 16,5 Stunden, bis die erneuert werden. Und dann gucken wir mal unten, die normalen Dinge. Da hatten wir gestern schon die Farbe Latte. Dann das Muster Steinzeit. Das Topsy Unterteil. Wir hatten ja gestern das Horny Unterteil. Dann haben wir die Farbe Geisterpirat. Dann das legendäre Muster Prächtig. Und den Spitznamen Hechtexperte. Ja, reizt mich alles nicht so. Aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Bleibt einfach dran. So Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Und zwar den Messenger. Und soll angeblich am Samstag in den Shop kommen. Bin mal gespannt, ob der bei den Angeboten mit dabei ist. Weil von der Zeit her sollte er eigentlich am Freitag ja schon, also morgen, die Angebote erneuert werden. Und ob der dann bei den normalen Dingen mit dabei ist. Das Ober- und das Unterteil kosten jeweils 5 Kronen. Und dann wird noch gesagt, dass man auf das Hintergrundbild achten soll. Ein kryptisches Bild. Damit wohl irgendwie eine Farbe, vielleicht sogar ein Muster oder ein Level gemeint ist. Was hattet ihr denn davon? Schreibt mal einfach unten rein. Also wie gesagt, Samstag soll der in den Shop kommen. So, das war's auch schon. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch kurz ein kostenloses Abo da. Dann seid ihr mal up to date, was die neuesten Infos zu Fall Guys angeht. Und natürlich auch meine Videos. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Also, wir sehen uns spätestens Samstag. Bis dann. Ciao.